Herzlich willkommen zu einem neuen Meditationserlebnis und heute geht es weiter durch die großen Arcana des Tarot und zwar mit der 10. Das ist das Rad des Schicksals. Und bei dieser Karte geht es heute wirklich darum, dass man den richtigen Zeitpunkt abwartet, dass man auch spürt, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Eine Aussprache mit der Partnerin, mit dem Partner, ein Entschluss, eine berufliche Entscheidung vielleicht oder egal welche Fragen dich auch beschäftigen. Es geht darum zu erkennen, das Leben fließt und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen für dich, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt wollen wir heute mal uns dieses Rad des Schicksals einmal anschauen. Nämlich, wo hast du nun das Gefühl, dass dein Leben vielleicht nicht so fließt, dass es feststeckt, dass du nicht so in Bewegung bist, wie du vielleicht in Bewegung kommen solltest. Und da lade ich dich jetzt ein, auf diese Karte zu meditieren. Also schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und stell dir mal wirklich so ein Rad des Schicksals vor, so ein Karma-Rad. Ein Rad von Tod und Wiedergeburt. Stell dir das einfach mal als Symbol vor, wie einen Energiewirbel, wie einen Strudel, wo wirklich Leben auf Leben folgt. Und wo aber diese Lebensabschnitte, und das ist jetzt ganz wichtig, nur ganz klitzekleine Punkte sind in der Gesamtheit der Zeit. Und das bedeutet, dass du in deinem immateriellen Sein, in deinem energetischen Sein, wirklich bist. Und dass die Inkarnationen nur Augenblicke, Wimpernschläge sind in der Unendlichkeit deines Seins. Und diese Augenblicke kommen dir, wenn du inkarniert bist. Und natürlich bist du inkarniert, sonst würdest du jetzt nicht zuhören. Und du hast deinen Körper. Und mit diesem ganzen Paket des Menschseins, des Hierseins, des Hier-in-dieser-Zeit-Seins, kommt ein unglaublicher, dichter Druck auf dich. Der Druck der Materie. Und der symbolisiert durch diese schwarzen Punkte materieller Druck, materieller Druck, materieller Druck und so weiter und so fort. Aber jenseits dieser Augenblicke, der Inkarnationen, des Leidensdrucks, ist ewiges Fließen und ewige Bewegung, ist Unendlichkeit. Jenseits der Zeit, jenseits deines Körpers ist Unendlichkeit. Und vielleicht bist du gerade festgefahren, irgendwo in deinem Leben. Vielleicht hast du das Gefühl, du weißt nicht weiter. Dann erlaube dir jetzt, in diese höher gestellte Perspektive zu gehen, diese unendliche Perspektive. Und merke, es dreht sich alles. Nur ein klitzekleiner Teil von dir. Ist gerade inkarniert und ist im Leidensdruck. Dieser klitzekleine Teil von dir, der jetzt im Leidensdruck ist. Denn erinnere jetzt mal dran, dass in diesem Augenblick, im Hier und Jetzt, eine Entscheidung getroffen werden kann, von der Enge der Angst, des Eingesperrtseins in die Weite, in den Fluss zu kommen. Lade diesen Augenblick ein. Lade diesen Moment ein. Und mach dir bewusst, jetzt ist die Entscheidung, Ja zu sagen. Ja zum Sich-Entscheiden. Ja zu diesem Augenblick. Und Ja, das Potenzial dieses Augenblicks zu 100% zu erfüllen. Spür mal dieses Ja. Und spür, wie alleine durch das Bejahen dieses Augenblicks der Druck schon etwas nachlässt. Dieser Inkarnationsleidensdruck fällt da schon etwas ab. Denn das Leben sagt Ja zu dir. Wenn du dein inneres Ja, obwohl du feststeckst, obwohl du das Gefühl hast, festzustecken, dieses innere Ja einfach mal nach außen schickst, dann kommt es aus dem Unendlichen zurück. Denn das Leben ist ein unendlicher Fluss. Und das Leben bejaht sich selbst. Und das Leben bejaht auch dich. Atme dieses Ja mal tief ein. Ja. Mit dir auf Erden erfüllt sich das Leben. Das Rad des Schicksals mit dir auf Erden ist das karmische Ballett im absoluten Gleichgewicht. Und hier und heute erlaubst du dir, dieses Gleichgewicht anzunehmen, dich als Teil des kosmisch-karmischen Tanzes, der kosmisch-karmischen, unendlichen Bewegung wahrzunehmen. Und durch die Wahrnehmung dieser Bewegung erlischt jeglicher Leidensdruck. Es ist unendlich schön, dass du hier bist. Du bist hier unendlich geliebt und willkommen geheißen. Diese ist deine Zeit, deine Lebensenergie. Und ich lade dich dazu ein, diese Energie zu 100% zu verwirklichen. Atme dieses Bewusstsein noch mal tief ein. Spür, wie die Fesseln des Leidens von dir abfallen und wie du wieder einen Teil, der karmisch festgesteckt ist, den dir erlöst hast. Dort, wo Dichte, Enge und Angst war, ist nun Liebe, Leben und Freiheit. Und in dieser Liebe, in diesem Leben, in dieser Freiheit, erlaubst du dir nun, dich zu bedanken bei der Symbolik des Tarots, bei deinen geistigen Helfern und Führern, die dich begleitet haben. Aber vor allem auch bei dir, dass du genau zu diesem Augenblick hier bei dieser Reise gelandet bist. und dass du sie dir bis zum Ende wirklich auch angehört und mitgemacht hast. Und dann atmest du noch mal tief ein und wieder aus, bewegst deine Arme und Beine und kommst in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. spürst noch mal nach und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir gegangen auf deiner Reise durchs Rad des Schicksals? Schreib es mir gerne in die Kommentare und wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonnier den Kanal. Und wenn du mehr über Energiearbeit und auch das Tarot lernen möchtest, dann gibt es viele, viele Kurse, wo du das machen kannst, aber besonders möchte ich dich noch mal darauf hinweisen, auf meine Jahresausbildung Mediale Energetik, die jetzt im Oktober dann startet. Und vielleicht hast du ja Interesse, diese Schakrenarbeit, auch Meditationsreisen und auch Meditationen zu führen, selber zu leiten, so wie ich das mache hier am Kanal, auch zu lernen, dann ist vielleicht diese Ausbildung genau das Richtige für dich. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit und alles Liebe aus dem wunderschönen Lenz. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Ehrani. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017